Wir müssen hier in der Nähe von ihnen teilbleiben. Mhm, ich hoffe jetzt auf 3000 tut es. Er wartet ungefähr 50 Sekunden. Okay. Hinten wir reinkommen, direkt Drogen reinschmeißen und ab geht's. Oh, da geht's aber schnell. Das war echt chill. Konsumen. Nagas. Eton, Brander. Planet 6 ist Fokus. Auf wen willst du Planet 6? Der ist näher dran. Ich würde die hintere Paterios erstmal angreifen. Alles klar. Ja, Scrap mit Praetorios. Ja super. Arbeiten, ne? Nicht. Ja, weil, ich muss das noch drauf tun. Deshalb... Wie geht es dir gerade? Habst du schon ordentlich was drauf oder geht's? Ja, ich krieg von den Rechte. ich schauen naja gut das sind halt darauf gehen die ne overheat deine waffen und so durch die arme einschuss ach du scheiße ja ich schiebe alles ich bin auch aus alter pfadda okay interessant das war hartes setup kannst du ihn bitte mal treffen